aufpassen wir haben gesellschaft ich sehe hier zwei narcos ich sehe niemanden in der gruseligen drohne fliegt tango nummer drei ziel gesichtet hat die rebellen gebeten die gegend aufzuklären alles klar senden jetzt die positionen Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Schickado. Donde están putos? Feuer. Okay. Tango getroffen. Öffne Feuer. Tango am Boden. Ich habe kein Ziel. Sauber. Sauber. Yang Arm Tobio allred. Kina wartet? Das sind schon% attorneys. Sauber. während calement ruhenpers her Meter. Ich bin nur mit dem Mülller. Granaten fliegt. Verdammt, das ist ja knapp. Wir haben Gesellschaft, bleibt wachsam. Recht. Ihr werdet mit diesen Ritualen aufhören. Oder was? Niemand vermisst sie. Bei den Rebellen ein Fazit bestellt. Oder denkt, hier ist der Heli. Ich bin der Pilot. Sollte jetzt okay sein. Du hättest mich verschissen für die Gesellschaft. Das ist ein Schiss. Das ist ein Schiss. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Setze Drohne ein Untertitelung des ZDF, 2020 Sieht nach Nahrung plus Eskorte aus. Wahrscheinlich ein Versorgungskonvoi. Willst du ihn dir holen? Die Rebellen könnten die Vorräte dann verteilen. Hier sind ein paar Sikarios, auf der Brücke. Hey, eine kleine Gruppe Kartellleute, auf der Brücke. Keine Sorge, ich bin unterwegs. Ach, wo fahrst du so lange? Achte auf den Truck, wir brauchen den Inhalt. Ich lege an. Habt ihr Leute versucht? Alles wird gut, hörst du? Ich bin unterwegs. Begleitfahrzeug wurde zersteuert. Begleitfahrzeug wurde zerrt. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 nach nahrungs truck plus eskorte aus reifen wir an die rebellen brauchen das essen dringender als das kartell wir brauchen die landung hat den truck nicht hoch alle bereit ihr leuten dann verpisst sich wir haben verluste es So eine Scheiße hast du mich verbluten lassen. Bereit? Feuer frei. Klaro. Shit, die wollen hier lang. Was jetzt? Quälen wieder gefühlen. Willst du wieder schießen, weil er deine Gefühle verletzt hat? Gebiet gesichert. Wir melden den Rebellen, wo der Truck mit der Nahrung ist. Abmarsch. Ziel eliminiert. Keine Tango's mehr da. Ich glaube, das waren alle. Warte, ich fahre. Ich kann das überhaupt nicht mehr fahren. Wo wegen dem Einmal? Ich bin ein Problem. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sind ein paar Narcos, drüben am Parkplatz. Zivilisten im Gebiet, Schusslinie beachten. Locker bleiben, alles ist gut. Gehe in Position. Ziel markiert. Suche eine gute Position. Ich brauche eine bessere Position. Gehe auf neue Position. Was ist das? Scheiße, meine Nerven, Mann. Hey, hier ist ein Santa Blanca-Orden. Das ist ein schönes Souvenir. Unidad, Heli, unten bleiben. Heli, in den Staub. Unidad, patrouille in unsere Richtung. Sauber, alle in Ordnung? Sauber, alle in Ordnung? Sauber, alle in Ordnung? Hahaha. Alle in Ordnung, wenn wir die Richtung, der in Ordnung ist. Alle in Ordnung, die in Ordnung ist. Immer wieder in Ordnung ist. Alle in Ordnung, am Tag mit dem Urlaub. Dann wird das in Ordnung. Danke. Alles in Ordnung, wie wir ihn in Ordnung sind. Ich bin eine gute Überraschung. Und mich überraschung. Auch, ich bin mir ganz bereit. Alles in Ordnung, wie wir es in Ordnung sind. Das ist die Idee, die Erde ist eine Art zu sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin bereit. 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 Wir kommen weiter. Aufpassen, Gegnerbereich. Geht's noch? Jetzt, der hat's gehört. Die werden wir nicht sehen. Die Ladung ist scharf. Die werden dich sehen. Ladung ist scharf und blüht. Wir haben sie aufgescheucht. Das C4 ist jetzt scharf. Ladung ist scharf und blüht. Bereit? Feuer, Feuer, Feuer! Alles klar. Bei den Rebellen, Verstärkung erfordert. Wer verblendet Konrad? Leute, wir sammeln. Versteht. Hey, ich werf eine Blendengranate. Die Urlaub, ihr müsst euch beeilen, Leute. In Bewegung. Schicke eine Blendgranate. Los дома. Ich höre bei den Chariterationen. Scheiße, hier istющiger. Verstanden. Aber ein Ziel. Grefe an. Die Ziele sind verdammt rar hier. Okay, wir können. Okay, wir können. Die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Verluste, reißt euch zusammen. Wir haben Verluste. Die Drohne ist oben. Gottverdammt. Verluste, hier drüben. Wenn du aufwachst, sollst du deinen Freunden erzählen, wie das Blut hier hinkommt. Wie du nach Mama geschrien hast. Und erzähle ihnen, dass sie als nächstes dran sind. Verstanden? Trankisch. Trankisch, sieh. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich mach den Wichsern gerne Angst, aber ich glaube, wir hätten ihn nicht laufen lassen sollen. Ach, die Demütigung ist für so einen Macho Arsch schlimmer als eine Kugel. Die Rebellen werden jubeln. Den Wichsern. Der Wichsern. Der Wichsern. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Starb bereit! ZDF, 2020 Ich fliege ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären Du hättest mich fahren lassen sollen Yo, hier ist ne Waffenkiste Wollte ich schon immer haben Ja, hier ist ne Waffenkiste Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, kann ich gebrauchen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind drin, los! Feuer! Roger! Bereit? Feuer frei! Verstehe! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schalten Sie die beiden Labore für die Pyrolosidreinigung aus. Das wird die Koks-Produktion des Kartells um Monate zu... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe kein Ziel mehr. Ich sehe das Ziel. Roger, Ziel markiert. Ein Drecksack weniger. Meine Seite ist sauber. Ich sehe das Ziel. 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 Kann loslegen. Ziel verloren. Bin schussbereit. Der Tango ist hin. Die Einheit löst sich auf. Reinschließen. Ich setze Drohne ein. Achtung, Narko mit Maschinenpistole. Wo hast du sie? Am Hauptquartier. Wir werden gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Roger, ich gehe in Position. Ich brauche neue Position. Roger, Ziel markiert. Ich habe das Ziel. Alles klar. Gehe in Position. Gibt Zeichen. Erledigt. Okay, ich bin unterwegs. Ich brauche eine bessere Position. Gehe auf neue Position. Okay, Ziel markiert. Ziel markiert. Tango getötetet. Tango getötetet. Ich bin bereit. Geht's up. Okay, well, it's all gone. No más. No más. Tranquila, Reina. Hast du gerade tranquila gesagt? Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Was könnt ihr das schon anrichten? Pinched Idiota. El Pulpo ist ein Effizienzexperte. Jeder weiß, dass er die Geldbäsche nach Montevideo verlagern will. Er wird sicherstellen, dass es so aussieht, als ob ich das Kartell gelb koste und dass ich für El Suenio nicht länger nützlich bin. Wer mag Montevideo, oder? Boquita, bei dieser Arbeit werden Leute nicht gefeuert. Wir begraben sie. Hier ist ihr Büro. Sehen wir uns den PC mal an. Ich hab 50 Millionen Dollar von Nidias Konten auf Konten überwiesen, die wie Pulpos aussehen. Keine Kunst, aber passt schon. Ich hab 50 Millionen Dollar von Nidias Konten überwiesen, die wie Pulpos aussehen. Ich hab 50 Millionen Dollar von Nidias Konten überwiesen, die wie Pulpos aussehen. Ich hab 50 Millionen Dollar von Nidias Konten überwiesen, die wie Pulpos aussehen. Da rüber. Alles klar. Bei mir sammeln. Verstanden. In Bewegung. Los dahin. Verstanden. Anoche que fue en disputa aquí al lado, se me escaparon los animales del susto, pues. Cuidado. Esto es así ahora.